Ah, wiederhend und schaust wieder an der Sonne und Nikros mit mir und einem Bulli aus dem Weltraum Astronaut Ich glaube, das hätte sich einfach doofer, wenn ich das so sage, oder? Wie man sieht, ich habe da jetzt schon ein bisschen ausgebaut Was ist los? Du bist vor ein bisschen Wind kaputt gegangen Du doof, wie die Kacke da, ey Überhaupt Hallo? Da war eine fertige Wohnung wahrscheinlich Ach, ne, passiert Ich habe die Schrägen jetzt freigeschalten Also die Ecken da Ne, da muss ich mal kurz ein paar Rumpen herbauen Was ist das ganze Holz jetzt dran? Da ist das ganze Holz jetzt dran Ausbaut Äh Aus einem einfachen Grund Die Den Ding baut Weil ich ausprobieren, ob der Einer geht da Einer geht aber Geht nicht Was ist jetzt eigentlich voll? Ja Ist voll Ok 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 keit so schau dir so schon mal glanz schilder zu stammvorken habe ich kapitel einer baut was man natürlich kennen dann kann man nur zwei rompen bauen können wir die da her setzen genau 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 ja so jetzt haben wir die frage was der maß das talent deine das ist schon wieder schwierig stein wiegt weniger momentan und da kommt noch eine gewichtskapazität ja das ist etwas was man überhaupt nichts nutzt weil das habe ich noch gar nicht zu dem beim abbau von herzen vorkommen geschifft das ist ein stein jetzt nach der überlastung herr wird auch nicht am punkt dazu vor auf der kantin oder zu dann ist es gleichkeit länger halt aber er hört den Pfeil schon weiter egal, Pfeil machen Schuss, die doppelte Menge Pfeil ist es auch nice eigentlich aber ich bin momentan mit dem damage von dem eigentlich zufrieden ich würde lieber was anderes machen bauen, abbauen, was schulde ich Es ist aber etwas tratar Schleißverspitzen SPF Ich brote den Pfeil aus der Regeneration disconnect das ist sehr schwierig für mich jetzt mal auf dies dann können wir dies als nächstes ausbauen dann haben wir schneller beim springen jetzt muss schneller schneller man kann ja die klappt wenn ich dies ab kann ja dies instinkt machen weil der achse sitzt das ist jetzt nicht so sinnvoll das ist noch gut zu der spitzhocken herstellung erhöht den abbau radius mit spitzhocken das war natürlich ja ultra nice wird es jetzt gesehen ist das tommokiert die fähig an die achse zu werfen du verschleißfähiger so gut neue chance dass spitzhocken beim treffer der sie zu brechen wieder 25 prozent chance dass du da ja den wird die moher aber ich brachte dafür dings eine montierte flamme zur verziehung von schutzwinden ja okay jetzt wollen wir mal weiter sonst kannst du ja stundenlang damit aufhalten irgendwas wird jetzt mal was wird denn jetzt war das heißt natürlich wird man ja natürlich wollte ich mal gehen warte mal das warte mal das warte mal bei euch sein da muss man nicht so brauchen gerade ok jetzt selber look also das fire kann man noch in den dornen oder noch hier braucht man 2 hallo hallo jetzt hab ich mal Holz dabei ne egal ich hab sogar ich hab sogar rosfleisch dabei oh ist ja egal ist ja mal zerstören ist ja mal bei uns sonst ist einer da macht man zu Standfockeln haben wir ab oder bei hier 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 Die Tarnkohle. Sehr nice so. Die Tarnkohle ist ein bisschen woanders hübschtern, oder nicht? Genau, scheint nirgends woanders zu tun. Wo ist ein Erz, da schau' ich hin. So. Auf einmal geil, wir müssen erst mal das Ding bauen. Aber das erste was ich bauen möchte, ist die Spitzhocken. Aluminium jetzt. Was ist das? Was ist das denn jetzt? Nein, da ist noch eine Kohle. Ein Mabra. Warum ist jetzt da drin? Wir machen mein Ding so. Okay. Jetzt kann ich noch nichts damit aufmachen, wirklich. Ähm. Hier machen wir das erste wieder mit. Wie? Ist doch die Höhle nicht vorbei. Wie ist die Höhle vorbei? Nicht mich verorschen. Wirds eine Höhle baut, wo es nicht weitergeht. Wirds mich schon ein bisschen verorschen, oder? Ja. Da ist das dann noch nicht weitergeht. Ich bin dann noch nicht mal reinkaufen. Ich weiss nicht ob man da dringend sein soll. Was ist da jetzt mit Brenner? Probier was aus. Hey, das ist ja wüt. Was darf man das dann nicht mehr sehen, wenn man da draußen steht? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Was ist jetzt da los? Lungenentzündung. Eine schwere Lungenentzündung für langsam, gesundheit und Ausdauerregung wird im Laufe der Zeit geheilt. Minus 50% Max Austauer. So erscheint es wieder. Jetzt mal dringen. Jetzt mal ein bisschen dringen. Ich habe wieder den Pogazab geschlossen damit. heute leider braucht man ja heute so nieder um mich so nieder braucht man so hey langsam geht es voran Hallo? Wo ist einer, oder? Jetzt mit gedeißen. Aber ich schwiebrauchen wir erstmal einen Amboss dann, oder? Brauchen wir 40 Amboss, dann brauchen wir 80er, und das klang schon weit wo nicht. Hier, man denkt, das ist jetzt der Jackpot in der Höhle. Man kann da nirgends irgendwie noch weiter. Nee. Dreck da. Das ist jetzt wirklich wieder typisch für mich. Ich kann mir erstmal eine Eisenspitze aufbauen. Was? Eieieieieiei. Ich kann die Hand nicht aufbauen. Trotzdem wieder den Tit vor der Höhle zu bauen. Oh, richtiger Schrott. Mal aus den Schiffs. Das klang da auch nicht. Nee, da kannst du dich kotzen. Kotzen kannst du. Kotzen. Jetzt kann ich nichts mit dem machen. Gar nichts. Ja, wenn wir uns jetzt dann den nächsten Mal auf der Suche machen müssen. Eieieiei. Also, ich hab grad gemerkt, dass das noch gar nicht die Freitagsfolge ist. Und ich hab grad schon abmanaliert für die ganze Woche. Deswegen machen wir jetzt noch zusammen das mit der Höhlen-Suche. Dann können wir in der nächsten Folge direkt durchstarten. Ich hab' das noch nicht gefunden. Weil... Das kannst du jetzt so viel vergessen, ne? Das ist jetzt schon blöd jetzt. In die andere Richtung was gescheiter zu mir geht, als wir schneller dort. Hm. Hm. Ich hab' ich schon keine Ruifo oder so mehr gesehen. Das hab' mir draufgefunden. Eigentlich... Eigentlich müsste das... Nicht so schwarz sein, als... Ruifo oder Andrei oder so zu finden. Dann haben wir nur zwei... Felgerinnen, dass wir noch pinnen können. Und dann noch. Nein, das stört mich jetzt schon bissl. Ich hab' ja schon mal sowas gefunden, da was die eine Brudeln hätt's können, aber... ... ist sogar auch gesehen worden. Das Wasserbeutel hat sich auch schon wieder von der Lore ausgeklärt. Hm. Ich hab' das Gefühl, das ist eher selten, dass bei den Bergen da irgendwie eine Höhle dort ist. Da schaut's doch noch aus, aber... Kann man nicht. Okay. Ich hab' noch mal für die Kürze. Nee. Irgendwo wo ist unser... Irgendwo da ist unser Höhle. Hm. Wow. Ich kann's nicht mehr, der bei dem Weg von Stor. Eigentlich mehr hier die iPhone, wenn ich die Spitz habe. Kannst du ausprobieren. Aber du brauchst schon echt viel Eisen. Hm. Ich hab' noch ein bisschen Stor mitnehmen. Ich hab' noch ein bisschen Stor mitnehmen. Oh, wow. Karotten. Lol. Vielleicht nur irgendwo in einer Höhle. Let's think for a little Höhle. Okay. Eieieiei. Wo geht's denn da wieder hin? Das ist wieder... sehr belastend jetzt so. Hm. Da schaut's irgendwie noch Höhle aus, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... nur so aus. Ist nicht so dann. Wassermelonen. Das habe ich noch nie gesehen. Lol. Das müssen ja Ultrasäten sein gefühlt. Das erste Mal, dass ich Wassermelonen sehe. Oh lol. I don't find any. Any. Ölchen. Hm. Das ist keine Höhle. Toll. Wenn wir jetzt einen Fuss haben, oder? Ach. Ist das. Unangenehm. Hm. Hm. Ritzi. Den können wir weg machen, das ist nicht so tragisch. Auch wie man Kierkadaver trockt. Oh Gott. Ein Rätsel der Natur. Was ist denn du? Du. Drecksviech. Du. 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 Gibt es anscheinend auch so Spots dafür. Nein Gott. Du. 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 Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen zum Reparieren. Ich sehe es nicht. Stick. Ja. Stick. Guck noch durch, wo eine Höhle ist. Ich hab' gefühlt an Höhlenmangel geworden. Es schaut so aus wie ein Spot, wo wir gegen die Bären gefightet haben. Das ist eigentlich ganz woanders. Da kann eine Höhle drin sein. Das schaut aber auch cool aus eigentlich. Oder es ist kein Wasser. Da muss man dann schon ganz die Stecker gehen. Geh, das gibt's doch nicht. Da muss man so ein Höhending finden. Bin ich doof? Ernsthaft, bin ich doof? Ich muss die Höhle finden. Nein, nein. Das bringt uns doch nichts, wenn wir es zum nächsten können. Jetzt schauen wir, ob da ein Ding ist. Das ist ja wirklich komisch. Ja, da ist eine Höhle. Aber wieviel Höhle haben wir da? Eine Höhle. Keine Lockdown. Die verheißen jetzt raus. Dann schauen wir nämlich jetzt, wie weit haben wir da weg von so einem Platz. Jetzt können wir hier mal hinschauen. Das ist ja noch nicht mehr wie weit von mir. Für wirklich, wie ist denn noch? Das wird nicht mehr wie weit von mir. Okay. 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 Was ist das? Wie fangen wir das an? Schauen wir uns jetzt noch den anderen Spot an. Könnte es sein, dass... Oh, immer die Winde. Dass da... Ja, da waren aber voll viel Sachen. Das ist doch wieder ein anderer Kürbis. Scheiße. Kürbis? Mal schauen, was wir gerade noch vorgesehen haben. Ich glaube nicht, dass sowas... Was? Hey, das ist das noch mal Kürbis, ne? Ich weiß schon, dass du das nicht durchtast. Ich weiß ja, wo die Höhle war. Das ist schon ziemlich dick, geil. Hm. Wir haben jetzt noch nicht so viel aufgebaut bei uns. Da könnten wir es prinzipiell wahrscheinlich einbockern und einfach... Oh, oh meh. Das wird schon wieder... Doof jetzt. Am Schluss sucht man uns dann wieder was aus, das wo... Doof ist. Zum, äh... Oh, da haben wir... Das ist noch nicht so schlecht dabei gewesen. Schauen wir mal, was wir jetzt hat. 440. Okay, wir kommen noch sonst, das ist auch schon wieder sowas. Das ist... Ach, das bringt einfach was zum Beispiel aus, aber... Interessant. Aber bestimmt mal... Was ist das mal konsumieren? Dann können wir kurz dringen. Weil... Da haben wir auch nicht so weit. Also der Wasserschlauch ist schon ziemlich useless. Wenn man es mal so sagt. Weil... Bist du das wieder brauchst? Oder bist du Wasser brauchst? Dieser La? Sprich, du hast eigentlich nichts davon. Okay, jetzt gucken wir mal, was so ist. Gut. Das ist ein Winter. Im Winter. Wahrscheinlich noch mal. Ah... Bad, bad, bad... Jetzt können wir wenigstens mal einen Abend ausbauen. Vielleicht so. Wann komm jetzt da? Wann haben wir eine gute Zeitung, ne? War echt schlimm. Wann... Kochstelle finden wir... Ich muss mir erst den machen. Den müssen wir machen. Ich muss meine Nombos und dann... Schauen wir weiter. Da. Eisenmesser. Wann haben wir Eisennägel? Das wollte ich machen, ne? Wann wir gerade die ganze Zeit so... Das wollte ich machen. Oh, das möge ich auch machen. Es hört schon einiges mehr aus, weil ich das weiß. Und es bringt auch mehr. Ah... 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 Six Baumes brauchen wir mal. Das müssen wir jetzt noch mal das Eisennägel machen. Dann können wir auch mal das machen. Das andere rechts jetzt nicht mehr. Ich darf mir das jetzt ausdauern, wei. Dann schauen wir uns mal das neue Messer an, he? Und auch schon hin. Äh... Dachten wir sowieso auch G'siit. Dann schauen wir mal, wie gut das ist. Ja... Hm... Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Es wird schon wieder... Ich habe jetzt eigentlich unser... Markier hier mal in unsere andere Höhle. Ja, ich packe jetzt mal alles zusammen. Und dann würde ich sagen, wie sehen wir uns dann, äh... beim neuen Spotteren. Bis dahin. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.